Ihr hört Radio Hit Power mit den besten Songs der 80er, den coolsten Tracks der 80er und den beliebtesten Songs der 80er. Und was, was, was ist jetzt mit der Musik von heute? Wird die ja auch nicht mehr gespielt? Die ist natürlich auch mit dabei. Ich brauche eine Stadt für dich. Ich vermisse. Radio Hit Power.